Nehmen Sie die Plankposition ein, indem Sie auf die Ellenbogen und Zehen stützen. Halten Sie Ihren Rücken so gerade wie möglich. Halten Sie diese Position für etwa 20 Sekunden. Sind Sie unterfordert, dann können Sie abwechselnd Ihr rechtes und linkes Bein ausstrecken und in dieser Position für 2 Sekunden die Spannung halten. Seien Sie vorsichtig, strecken Sie das Bein nicht weiter als horizontal.